Musik Ich hätte das sehr gerne wieder persönlich gemacht, deswegen dieses Mal digital. Herzlich willkommen zur Top 100 Auszeichnung. Das Coronavirus hat mit ungeheurer Wucht unsere Welt erfasst. Es ist eine Krise. Aber im Deutschen gibt es das Sprichwort Not macht erfinderisch. Und gerade Innovatoren sehen in Krisen auch manchmal eine Chance. Bei Top 100 geht es um Innovatoren. Es geht darum zu zeigen, wie diese Unternehmen den Mut haben, sich neu zu erfinden, Neues zu entwickeln und damit eben auch zu einem leuchtenden Beispiel für andere werden. Nun, gerade in Deutschland, finde ich, brauchen wir zudem einen Kulturwandel. Wir sollten die Prioritäten neu setzen und Innovation gehört ganz nach oben. Als Mentor von Top 100 ist es mir besonders wichtig, dass diese innovativen Unternehmen auch eine besondere Sichtbarkeit bekommen. Nun, entscheidend für einen solchen Wettbewerb, für eine solche Auszeichnung ist die wissenschaftliche Basis. Bei Top 100 untersuchen wir die Innovationsorientierung von Unternehmen, also die Zukunftsfähigkeit. Die Basis dafür sind über 100 Indikatoren aus der internationalen Forschung und Vergleichsdaten von mehr als 10.000 Unternehmensanalysen. Die Venn-Jakob-Maschinenbau-GmbH & CoKG ist durchgängig und konsequent auf Innovation ausgerichtet. Das zeigt sich besonders bei der Gestaltung der Innovationsprozesse, also bei der Organisation der Innovation. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Mal an Venn-Jakob-Maschinenbau-GmbH & CoKG zur Auszeichnung Top 100. Der innovative Mittelstand ist die treibende Kraft des Erfolgsmodells Made in Germany. Und Top 100 hilft, die Unternehmen sichtbar zu machen, die mit ihrer Innovationskraft zu dem wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands beitragen und die Digitalisierung als Chance sehen.